Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Elden Ring mit dieser unglaublich atmosphärischen Glocke im Hintergrund. Ich weiß noch nicht genau, wie man auf das Ding draufkommt und ich wäre auch versucht, das eigentlich auszuprobieren. Ich frage mich, was passiert, wenn man hier unten runterläuft. Oh, der tritt ja auf einen drauf. Der zielt ja wirklich nach einem, das Schwein. Ich glaube, wir müssen mit Torrent irgendwie draufspringen oder so. Ich will auch den Händler finden. Also ich bin ja gerade ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits will ich schon gerne auf das Ding drauf, aber andererseits möchte ich auch den Händler endlich finden, weil ich habe gerade die Runen, um zu kaufen, was ich kaufen wollte. Da unten ist eine kleine Hütte. Vielleicht ist der Händler ja da drin. Vielleicht ist der Händler ja in der kleinen Hütte da unten. Schauen wir mal. Oder unser Tod erwartet uns in der Hütte. Da ist aber ein Grace. Also da ist auf jeden Fall... Scheinbar auf jeden Fall... Ah, da ist der Händler. Ich habe ihn. Juhu, ich habe den Händler gefunden. Endlich. Kaufen. Und zwar... Den hier. Wir müssen noch einmal Geschicklichkeit leveln, aber... Dann haben wir den Zweihändler. Perfekt. Wir haben den Zweihändler. Ich glaube, wir haben aber nicht mehr genug Ruhen, aber wir können noch welche vielleicht aus dem Inventar nutzen. Oh ja, können wir. Können vielleicht schon zu viel sein. Ah, könnte gut passen. Ah, perfekt. Dann machen wir Geschick eins hoch. Und damit können wir ab sofort den Zweihänder tragen. Zwar sogar einhändig. Perfekt. Das ist ein Schwert für mich, meine lieben Freunde. Das ist ein Schwert nach meinem Geschmack. Es ist halt wirklich so. Das ist einfach mein Lieblingsschwert im Dark Souls auch immer gewesen. Ich mochte den Zweihänder schon immer sehr gerne. Boah, ich finde das nur auf dem Fährt ein bisschen schwer, mit dem Zweihänder zu spielen. Aber man hat nicht diesen Weitschlag mit dem Zweihänder. Der steckt nur nach unten. Seht ihr das? Der steckt nach unten, nicht wirklich weit. Das ist ein bisschen nervig. Und der ist halt sehr lahm, der Zweihänder auf dem Pferd. Ich bin schon versucht, noch eine zweite Waffe auszurüsten dann. Einfach damit ich... Damit ich... Für das Pferd eine andere Waffe habe. Weil die ist echt lahm, die Waffe, auf dem Pferd. Habe ich jetzt eine Fat-Roll? Na, Mid-Roll ist das, oder? Das ist noch keine Fat-Roll. Wie viel Crypt-Laut habe ich denn? Ja, ja. Ja, das ist eine Mid-Roll. Das ist noch keine Fat-Roll zum Glück, aber es ist schon eine Mid-Roll. Also... Oh, wieder ein Friedhof. Ganz viele Items, aber auch ganz viele Gegner, die hier bestimmt kommen. Goldene Rune, wunderbar. Ganz viele goldene Rune liegen hier. Super. Aber kein Gegner, der hier gekommen ist. Ach doch, hier liegt noch was. Also kein Gegner. Ist wirklich so, aber hier lag noch was. Ich dachte gerade im Kopf schon, oh, da ist ja nichts mehr. Und dann, deswegen habe ich gesagt, oh doch. Das war eigentlich dumm. Hast du Angst vor mir? Solltest du auch. Oh, hast du ja einen Rudel gerufen. Okay, ich sollte Angst vor dir haben. Du hast vollkommen recht. Okay. Oh, hast du Angst vor ich glaube, nie subirt. Ok. Oh, Moment. Geh mal hier rum, es könnte sein, dass hier was ist. Könnte sein, dass hier was ist, wenn man vielleicht von einer anderen Seite kommt oder so, weil immerhin sind da so Ruinen im Wasser noch, also könnte irgendwas sein. Mit dem Zweihänder muss ich jetzt erstmal wieder spielen lernen, der ist schon ganz schön lahm. Keine Ahnung, ob das so gut in dem Spiel ist. Ich muss sagen, ich glaube in Dark Souls 3 kein Zweihänder mehr verwendet, weil er mir im Gegensatz zu allen anderen Waffen so unglaublich lahm war. Das war nicht so gut. Ich glaube, es ist wieder ein Armbus-Truppi. Ich glaube, es ist wieder ein Armbus-Truppi. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, 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 Fußsoldatenstulpen kriege ich die ganze Zeit. Aber die brauche ich ja wirklich nicht. Also. Vielleicht ist hier oben irgendwas. Immer oben. Ah, guck mal, eine Truhe. Siehst du? Oh, der Typ ist auch noch hier. Ah, ich habe wieder Flaschenaufladung bekommen und zwar gar nicht wenig. Oh, das ist eine Falle. Es geht also Truhe mit Fallen. Gut zu wissen. Kann ich die jetzt wieder öffnen und kriege ich dann das Wasser drin ist oder? Das ist einfach wieder eine Falle. War wieder eine Falle, ne? Da liegt nichts drin, oder? Äh. Das tut mir auch nicht weh. Oder? Ah, ich bin gefangen im Nebel. Bin ich jetzt irgendwo hin teleportiert? In ein Gefängnis oder sowas? Lendl, königliche Hauptstadt. What? Wo sind wir hier? Das ist... Das ist die fliegende Insel. Ist das die fliegende Insel? Das sind doch die Ruinteile, die wir unten sehen. Weil es gibt nämlich eine fliegende Insel in dem Spiel. Oder es gab früher eine, die ist auf den Boden gestürzt. Das ist die fliegende Insel, oder? Wir sind über den Wolken. What? Wo bin ich hier? What the fuck? Wie geil sieht das denn aus? Das ist... Hier ist der Erdtree. Ich bin genau... What the fuck? Wie bin ich denn jetzt auf einmal hier hingekommen? Einfach aus dem Nichts. Und hier ist auch noch ein Aufzug, oder was? Kannst du wieder runterfahren? Nee. Warte mal, doch das ist... Ist das hier ein Aufzug? Ich weiß es nicht. Man kann da runter, aber irgendwie kann ich den Aufzug hier nicht betätigen. Alter, das sind auch so Drachenstatuen, oder versteinete Drachen, oder so. Ich glaube, ich werde hier sehr, sehr schnell sterben, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist nicht das Gebiet, wo ich hin soll. Ich bin ans Ende der Welt gegangen, um dann hier hin zu kommen. Was ist los, ey? Alter Schwede! Das sieht richtig geil aus hier. Das sieht richtig geil aus. Guck euch das an. Wie schön das ist. Das hat so ein bisschen was von The Ringed City, nur in Guns. Und ich glaube, der Riese da vorne steht gleich auf, oder? Krass, aber wo sind wir auf der Karte? Wir sind ganz im Norden. Wir sind von ganz im Süden des Spiels. Sind wir nach ganz im Norden vom Spiel gekommen, oder was? Ich glaube, das ist nicht gut, wo wir hier sind. Ich glaube, das ist weit über unserem Niveau. Der steht auf, ja. Und der hat ganz schön viel Leben, habe ich gerade schon gesehen. Der hat einen richtig großen Lebensbalken. Ja, one hit down. Ich versuche ihn trotzdem. Aber der Tod ist mit einem Schlag töten. Also, das ist schon echt übel. Aber wo bin ich hier, Leute? Was ist los? Auf einmal bin ich einfach in Lendl. In der königlichen Hauptstadt. Was geht? Schade, ich wollte unter ihn kommen. Noch ein Death. Leider. Was kriegt das hin? Das ist kein Boss, nur. Das ist einfach ein regulärer Riesengegner. Es ist kein Boss. Aber er ist halt mega stark. Scheiße, das war nicht gut. Scheiße, das war nicht gut. Ah, in die Hacke hinten rein. So wird ein Schmuck raus. So wird ein Schmuck raus. Ha, bam, tot. Das geht schnell mit den Toden heute. Ah, der ist echt nicht ohne. Wie gesagt, der macht One Hit. Ich kann gerade fast, also manchmal kann ich einen Hit überleben. Aber das war's. Mehr geht halt nicht. Wenn ich volles Leben habe, überlebe ich einen Hit. Noch ein Tod. Ich bin mit zwei Treffern ge-one-shotted, ja. Nicht wegge-two-shotted mit ihr, aber nur mit vollem Leben. Wenn ich nur einmal heile, habe ich leider kein volles Leben. Das ist ein bisschen das Problem. Oh. Okay, die kann man nicht rufen. Man kann ihr keine Hilfe rufen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen einen Schmuck, der das auch heilkopf별마hen. Wo wissen Sie? Wir brauchen ein Fahrzeug. Eich wird ein Steffen. Oder würde ich zurück. Die Schmuck. Die Schmuck. Und das ist ein Schmuck. Ich habe jetzt jemanden, neugierst. Die Schmuck. Wir brauchen zu anderen. Und als Fangen. Ich kann ja meine Super-Attacke nicht machen auf ihn drauf, weil er da in der Ecke hinten drin festhängt. Das ist ein bisschen blöd. Komm mal bitte ein bisschen näher hier hin. Ja, ja, schön wie du Feuer machst, ist mir doch egal. Komm mal bitte näher hier hin. Shit. Der wäre deutlich einfacher, wenn man immer seine Whistler-Attacks, also seine kritischen Angriffe abzünden kann. Kann man halt nicht, wenn er sich in der Ecke verpackt und das ist tatsächlich, da muss ich halt einfach sagen, da ist das Spiel gerade wirklich ein bisschen unfair. Also es ist unfair, dass er sich da so positionieren kann, dass ich ihn nicht treffen kann. Wasp. Ja. Da. Das ist eine Rolle. Ja. Das war's. Scheiße. Oh. Dieser Gegner ist so hart. Was mache ich denn da nur? Ich könnte ja wieder weg teleportieren, aber es fühlt sich nicht so an, als könnte man ihn nicht nicht schaffen. Versteht ihr? Es fühlt sich an, als könnte man ihn schaffen. Er ist halt nur echt hart. Er ist richtig hart und unverzeihlich. Ein Fehler und du hast direkt bist direkt tot. Ich mache ja schon mega viel Schaden. Guck mal, ich habe einen Drittel, äh, einen Drittel, einen Fünftel runtergeschlagen. Okay, das war klar. Wer hat er mich denn jetzt getroffen? Ich weiß nicht so recht, wie er mich getroffen hat, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ich glaube, wir lassen es. Ich glaube, wir lassen es. Es hat gerade noch nicht so richtig Sinn. Ich brauche mein Leben. Ich müsste mehr als zwei Hits aushalten. Ah, die Truhe nehme ich mit. Mir egal, hat es mich halt umgebracht. Mein Wege. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das hier Endgame-Content ist. Ganz im Norden des, der Map und so. Dass das schon eher so ein bisschen Endgame ist und nicht für mich eigentlich gerade. Aber krass, dass ich hier einfach so hinkomme. Das ist schon echt. Ah, den Talisman könnte ich mal ausrüsten. Was ist denn das für ein Talisman? Wir haben sogar schon auch... Ach nee. Regeneriert langsam LP. Das ist eigentlich ganz geil für unterwegs sein. Wir haben auch Schilde, die wir... Ach, wir können natürlich auch zwei Waffen ausrüsten. Das geht natürlich auch. Ja, aber machen wir das hier. Aber machen wir das hier, Leute. Das hier machen wir. Dann. Irgendwann. Irgendwann spielen wir so. Ich verspreche es euch. Das wäre schon nice, oder? Müsste schon zugeben, das wäre schon ganz schön sexy. Sexy, sexy and you know it. If you're sexy and you know it, clap your hands. Pferd geht auch nicht, ne? Ne. Sonst hätte ich da runtergekonnt. Ah, guck mal. Wir können da unten gleich hin. Das ist ein lebendiger Drache. Ne, ne. Der ist nicht lebendig. Alter, wie das aussieht. Guckt euch das an. Ob man da unten auch noch überall hinkommt? Das sieht so aus, als können wir da unten rumlaufen. Seht ihr das? Ja, wie geil ist das denn? Schaut euch diesen Ort an. Also, ich habe noch, also, selbst in Souls-Spielen habe ich so einen hübschen Ort noch nicht gesehen. Da vorne ist auch ein Gegner von dem Tor hier, vom Kolosseum. Selbst für Souls-Verhältnisse ist das hier gerade echt wunderschön. Und Souls sieht schon immer sehr toll aus. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Aber wir versuchen es mal. Nein. Oh, das Parasegel, ja. Das stimmt. Parasegel wäre was. Alter, schon 73 Tote. Aha. Ja gut, das war jetzt einfach nur ausprobieren. Aber da muss man bestimmt irgendwie runterkommen. Aber ich glaube, man kommt einfach von unten hier hoch. Aber kann das jemand bestätigen, dass das hier Endgame-Content ist? Ich bin mir gerade so unsicher, aber es wirkt irgendwie so, weil das so ganz im Laden der Karte ist. Komplett im Norden der Karte. Das ist die Mitte der Karte, ne? könnte sein. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall mega faszinierend hier. Wir werden hier, glaube ich, nicht runterkommen. Ich glaube, da haben die Entwickler sich schon Gedanken gemacht, dass das nicht geht. An Teleportieren müssen wir mal weg. Das ist schon mal echt nice. Nice, nice, nice. Wir haben hier oben trotzdem noch ein bisschen was zu entdecken. Sag mal, die ganze Zeit zum Sterben ist auch nicht so spannend. Oh, da unten kann man herlaufen. Oh, hier ist wieder so ein Kampf. Das kann ich nicht. Doch, ich muss vom Pferd runter, ne? Nee, ich muss das erst öffnen hier. Ich muss bei dem Bosskampf freischalten. Okay, dann machen wir das. Wir schalten uns im Bosskampf hier frei, bei dem wir vermutlich verrecken werden. Aber egal. Wo wir vermutlich gar keine Chance haben, irgendwas zu erreichen. Aber schauen wir mal. Erstmal zweihändig machen. Da vorne kommt der Gegner. Wow, der macht direkt Frostdamage. Der macht nicht viel Schaden bei seiner Nagel. Ich brauche aber zu lange anzugreifen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Schade. Schade, schade. Aber wir können ihn schaffen. Wir können ihn schaffen. Der ist nicht unmöglich. So schwer ist der nicht. Das kriegen wir hin. Ich muss noch ein bisschen vorsichtiger spielen. Und vielleicht sollte ich nochmal das Schwert wechseln, oder? Das schnellere Schwert. Weil mein Schwert ist schon arg langsam. Ich versuche es aber nochmal mit dem Zweihänder. Ein Versuch ist es nochmal wert. Das ist mir egal, der Angriff. Der tut nicht so weh. Okay, ich kann nur einmal Schaden machen. Ich dachte gerade, wenn er nichts macht, dann schlage ich zu. Okay, komm her. Okay, komm her. Was macht der? Zweite Phase offensichtlich. Oh mein Gott, wie rastet der denn jetzt aus? Wow. Also die zweite Phase ist deutlich härter. Aber er lädt seine zweite Phase sehr lange auf. Also ich könnte da mal zwei starke Angriffe reinhauen. Zwei voll aufgeladene, schwere Angriffe. Und die Fläche staggern sogar. Und verhindern, dass er in die zweite Phase kommt. Da liegen eh nur noch null rum. Ja gut. Hat wohl irgendwann die Seelen vergessen mitzunehmen. Na gut, dann nicht. Hat es nicht geklappt. Das war scheiße. Und das ist auch scheiße. Das ist aber komm. Warum ist jetzt so viel schwerer als gerade eben? Mitzune Sebastian. Das war's für heute. Wow, das war gerade ein bisschen, äh, also das war schon unfair. Ich muss mal sagen, wie es ist. Das war ein bisschen unfair. So, liebe Leute, aber auf YouTube, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir es dann nochmal versuchen, 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 nochmal versuchen. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich hier vom Siegelgefängnis der Klagen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.